hallo und herzlich willkommen zum neuen video ihr seht ist hier noch von semester 2020 noch was nachzuholen und ich werde gleich mal rausgehen und gucken was da jetzt passiert ich hoffe dass euch das video gefällt leitet das video lasst ein abo da wir sehen uns gleich draußen so wie gesagt wir sind jetzt hier draußen machen deckel zu schutzkörper ab und zünden mal so jetzt wo wir zurück sind haben wir hier natürlich erstmal geguckt wie es so im innenleben aussieht oder ist an sich wenn du es nicht so gut erkennen kann nichts weiter da baut sich einfach nur ein druck auf der nach oben geht dass der deckel abfällt das wollte ich euch noch jetzt schnell zeigen dieser bleibt gesund lassen abo da